24h für 2018 Hi, ich bin Cindy Allemann, ich präsentiere für BMW Motorsport aus der famosen Le Mans 24h-Race. Ich sitze hier mit dem BMW-Driver Marcel Mignot. Hallo! Was ist die Unterschiede für Sie zwischen dem Motorsport seit 30 Jahren, und jetzt? Presque alles verändert. Und die Piste, natürlich, war sehr unterschiedlich. Die große Kurde des Unodier, die jetzt ist die zweite Schicke. Wir sehen uns in den Magazinen, die du vorst du vorst, die du vorst du vorst. Du bist du vorst! Absolut! Ich bin sehr stolz! Ich hatte diese 24h, mit dieser vorstunde, und mit der BMW Motorsport, mit der BMW Motorsport. Ich bin sehr stolz! Ich bin sehr stolz! Ich bin sehr stolz!